Moin moin Leute, hier bin ich wieder, mit Johnny, mit meiner nächsten Folge Let's Play Minecraft, mit meinem nächsten Minecraft Let's Play. Wie ihr seht, heute geht's um das Loch. Um es so auszudrücken. Wir werden jetzt nämlich in dieser Folge Steine abbauen. Neuen Steinvorrat holen, denn unser Steinvorrat ist im Keller. Ich hab noch zwei in meiner Kiste liegen. Und dann ist es zu Ende. Oh, da ist ein Loch, das hab ich glaube ich auch mal gemacht. Ja, das ist ziemlich Depri, dass ich da so wenig von hab. Deswegen will ich das heute mal ein bisschen aufbessern. Jo, wie ihr seht, ich hab hier so ein paar kleinere Löcher. Da war denn so Eisen und das wollte ich nicht alleine lassen. Jo, in der letzten Folge gab's leider einen kleinen Fail mit der mit dem Cut. Ich hab mitten im Stottern, hätte ich fast gesagt, aufgehört. Naja, mir ist der Name eingefallen, das war die Zuckerrohrplantage. Ja, ich hab gedacht, ich filme noch und am Ende hat sich rausgestellt, ah, scheiße. Hab nicht mehr gefilmt. Damit muss ich jetzt halt leben. Naja, ich werd's wohl schon überleben. Aber das muss gleich noch weg. Das geht mich nicht. Komm, so. Mach ich das nicht gleich hinweg. Ja, zu unserer Kirche. Wir haben immer noch unseren Sand im Ofen, der bald fertig ist. Und wahrscheinlich werden wir dann in der nächsten Folge mit Lukas, mit Luki weitermachen. an unserer Kirche mit der Glaskuppel. Joa, das dazu. Ihr müsst uns unbedingt abonnieren, das brauchen wir echt. Und drückt Daumen hoch. Joa. Joa, das finden wir cool. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ähm, ich hab hier, wie ihr seht, schon so eine Art Bohrer, wenn man so viel reingemacht. Und werd das jetzt alles so nacheinander abbauen und dann tiefer kommen. Naja, werden wir zumindest gucken, dass ich irgendwie tiefer komme. Okay, ich glaub, das können wir jetzt nicht die ganze Zeit machen. Das machen wir jetzt hier noch und dann gucken wir mal zu unserem Glas. Das ist nämlich sehr gleich auch fertig. Sehr bald, sehr gleich. Irgendwie auch dasselbe. Werden wir doch kurz die Löcher hier ausfüllen an der Seite und die Kohle da direkt voraus abbauen, weil das geht in der Luft immer zu schwierig nachher. Und dann werde ich mich ärgern. Mensch, warum hast du die Kohle? Ich hab genau so, Idiot. Was hättest du machen müssen? Mensch, du hast ja totalen Schaden. Deswegen mach ich das jetzt mal, dass es mich nachher nicht ärgert. Okay, und wir werden nach der hundertsten Folge ein Special machen, denke ich. und dort werden wir eine Adventure Map spielen. Okay, das mach ich hier jetzt einfach mal ganz stuf zu. Ja, von wem die Adventure Map ist und wie und wann und wo und was werden wir denn noch vorher bekannt geben in der Folge davor oder so oder zwischendurch mal. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal rausgehen und zu unserem Glas gucken, was jetzt eigentlich fertig sein sollte. Wir lassen uns überraschen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Oh, hier ist irgendwie direkt in der Nähe von dem Hügel. Muss man ja sagen. Ist irgendwie eine Zombiehülle, weil da berührt mich immer ein Zombie an, wenn ich da links gehe. Das hört ihr jetzt nicht, weil ich ja mein Headset auch hab. Ja. Hier ist nochmal mein geiler erster Stock. Ja, es ist fertig. Perfekt. Bring ich mal eben die restlichen Sachen weg. Sonstiges. Ähm, was ist denn sonstig? Ähm, Dirt ist sonstiges. Ähm, Sticks nicht. Dann gehen wir weiter in unsere Minus-Schachtel. Da gehört nämlich die Kohle rein. Dann gehen wir wieder weiter in unsere Steinschachtel. Siehst du, hier nur noch zwei Steine. Das haben wir jetzt ein bisschen überholt. Ach genau, wir müssen das zu unserem Werk erzeugen. Lalalalalala. Und dann müssen wir letzten Endes nochmal zum Ritz. Okay, dann werden wir jetzt jetzt mal unser Glas schnappen. Hier auch. Ich nehme erstmal, doch, ich nehme gleich alles weg. Das bringt ja sonst auch nichts. jetzt müsste ich das ja nächstes Mal rausholen. Hier ist noch was drin. Komm, hier ist auch noch was drin. Komm, hier ist jetzt nur noch halb, oder? Irgendwo ist nur noch halb. Genau, hier. Perfekt alles abgerechnet. Hier wird eben die einfachen Wege und springen nicht vom Dach. Ja. Okay, es wird schon wieder dunkler, ne? Dann müssen wir jetzt erstmal vorher schlafen gehen. Dann dürfen wir wieder diesen Anblick, wo die Welt in ein Lila quasi getaucht wird, miterleben. Hier sehen wir schon die Kirche mit der Glaskuppel obendrauf. Ich denke, die wird ziemlich geil werden. Da werden wir natürlich auch Bilder reinmachen, aber hier nicht so Anbetung stellen. Das ist nämlich nicht so das Wahre. Ähm, ja. Jetzt wird alles rosa, lila. Ich kann die Farben immer nicht unterscheiden. Okay, ich denke, jetzt können wir schlafen gehen. Oh. Und schlaf, 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 schlaf. Los, werd ausgeschlafen. Go, go, go. Schlaf aus, schlaf aus, schlaf aus. Okay, jetzt lauf, 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 lauf. Okay. Dann gehen wir jetzt mal unseren tollen Weg hier wieder links. Ja, und wenn die Kirche fertig auch eingerichtet ist, ich wollte das eigentlich so lassen mit der, ähm, mit einem ersten Stock und nicht mehr den zweiten Stock da drüber. Ich finde das nämlich, das sieht ganz geil aus, ohne dass man da einen zweiten drüber macht. Deswegen lauf ich hier jetzt einfach erstmal hoch und guck, was Sache ist. Hier kann man noch reinfallen, da mach ich nochmal Stein hin. werd ich mal so denken. Oder Glas, ich weiß es nicht. Ja, was haben wir jetzt zu tun? Ich find, das ist grad ein guter Moment zu cutten.